Wow, es ist so schön, wenn wir miteinander im Lobpreis, in der Bätung und im Gebet von Gott sein können. Und ich denke ganz besonders, heute an dem Pfingst, Sonntag, wenn wir das wirklich auch tun und auch pflegen. Ich möchte vielleicht ganz kurz einmal zurück schauen, warum predigen wir eigentlich, was wir predigen? Im Zusammenhang mit der Pfingstpredigung war es so, ich bin ins Gebet gegangen und in einer Gebetszeit habe ich plötzlich über den Pfingsten angefangen anzudenken. Und dann kommt von Gott her so ein Impuls, über was ich predigen soll. Und ich war ein bisschen unsicher. Ich dachte, ja, Pfingstgemeinde, Pfingsten müssen wir über Pfingsten selber reden, Geistestaufeln und so weiter, die klassischen Pfingstthemen. Aber ich hatte etwas anderes auf dem Herzen. Und ich habe mich dann mit meinen Pastorenkollegen abgesprochen, die Englisch und Portugiesisch predigen, die gleiche Message. Und ich habe sie gefragt, könntet ihr sehen, dass wir über Römer 14,17 predigen? Sie haben sich schnell überlegt, was dort steht. Und beide haben eine riesige Begeisterung bekommen. Und mit diesem Schub möchte ich auch in diese Botschaft hinein. Weil dort drin steht etwas über den Heiligen Geist, das gewaltig ist, auch für unser persönliches Leben. Paulus sagt nämlich im Römer 14,17 folgendes. Im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Und das Thema vom heutigen Pfingstsonntag, das Thema der Freude im Heiligen Geist. Ich glaube, wenn man das so lest in der Bibel, merken wir, hey, das ist etwas Entscheidendes. Gott möchte etwas für uns. Und das ist das Leben, eine Lebensdimension von der Freude im Heiligen Geist. Jetzt ist es so, wenn man so einen Bibeltext lese, einen einzelnen Bibelfers, ist wichtig, dass wir wissen, in welchem Zusammenhang ist er geschrieben. Warum hat Paulus eigentlich diesen Vers überhaupt geschrieben? Warum steht der so in der Bibel? Was ist der Zusammenhang eigentlich? Und zwar jetzt folgendes. Römer 14 im gleichen Kapitel steht vorher, dass sich die einten Christen gestritten haben. Die haben sich wirklich richtig gestritten. Da ging es um Essensregeln, um Diätregeln, was soll man essen, was darf man nicht essen usw. Und ich dachte, wow, déjà vu, genau wie im 21. Jahrhundert, grosse Diskussion über das Essen. Und eine andere Gruppe hat gestritten miteinander. Ja, wie ist jetzt das? Bis jetzt hat es für uns gar keine heilige Tage gegeben. Jetzt müssen wir hier anscheinend einen Tag aussondern für Gott. Sollen wir das? Sollen wir das nicht? Und es waren riesige Diskussionen. Und die einen, die haben es wirklich mega ernst gemeint. Ganz ernsthaft unterwegs gewesen. Und Paulus sagt, es gibt zweierlei Menschen. Es gibt die mit einem sehr feilen Gewissen und die mit einem sehr starken Gewissen. Und er sagt aber ganz wichtig Folgendes. Er sagt, nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Und jetzt kommt es und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Kennt ihr das auch, dass man sich so schnell streitet? Zuhause wegen irgendwelchen Sachen. Und eigentlich das Schlimmste ist, wenn Christen haben und streitet miteinander über irgendwelche Themen. In den letzten Wochen habe ich noch nie so viele YouTube-Links und Artikel zugeschickt bekommen. Und es war mehr, als ich zeitlich überhaupt anschauen konnte. Aber vieles davon, jawohl, war hilfreich. Aber es gab auch noch mehr Dinge dabei, wo ich gedacht habe, hey, es ist spekulativ. Es löst Ängste aus. Es löst Befürchtungen aus. Es sind Meinungen von Menschen und so weiter. Und viele Christen, wenn sie irgendetwas sehen auf YouTube oder einen Artikel lesen, dann hausieren sie damit. Dann müssen es andere auch so sehen wie sie. Andere müssen es auch glauben. Und ich glaube, das kann manchmal hilfreich sein. Aber grundsätzlich muss man sehen, es ist eine riesige Gefahr drin. Dass man anfängt zu streiten über solche Sachen. Und was sagt die Bibel? Um was geht es eigentlich im Kern? Ich möchte unseren Vers noch einmal lesen. Römer 14, 17. Im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt oder was man für Meinungen hat. Die x verschiedene Sachen. Sondern, dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Und ich denke, wir brauchen etwa die, auch als Christen, auch wenn man vielleicht von Christen weiss oder über Christen nachdenkt, braucht es die Justierung. Um was geht es denn eigentlich? Es geht nicht um irgendwelche sekundären Themen, sondern um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wir haben in den letzten Wochen über das in unserer Serie, Felsenfest. Gerechtigkeit, was ist es? Warum ist es so entscheidend wichtig für uns? Es ist das, was wir bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Gerecht zu sein von Gott. Dass es keine Anklage mehr gibt in unserem Leben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Ein neues Leben zu bekommen, das Gott uns anschaut. Als hätten wir alles erfüllt, was Gott hätte wollen. Und das löst unglaublich, unglaublich Positives bei uns aus. Menschen, die wissen, ich bin gerecht von Gott. Das sind Menschen, die dann eben in die zweite Dimension hineinkommen in den Frieden. In Frieden mit Gott. Es wissen, dass ich Frieden habe mit Gott. Dass Gott nicht mehr zornig ist über meine Sünde in meinem Leben, sondern es ist mir vergeben. Frieden mit Gott. Und wer das wirklich lebt und dort einen Fokus setzt, der strahlt dann auch Frieden aus. Und ich glaube, das weiss man selber, wie es ist, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die, ich sage jetzt bewusst, friedlich sind. Oder Menschen, die immer wieder zum Streiten oder so neigen. Und er sagt, das ist so wichtig. Es ist eigentlich ein Dreiklang. Gerechtigkeit, das ist die Grundlage. Frieden, das ist das erste Resultat daraus. Und dass wir in diesem Frieden leben. Und dann die dritte Dimension. Über das wollen wir heute reden. Freude im Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott uns heute, dass Gott dir einen Durchbruch in die Freude schenkt. Einen Durchbruch in die Freude im Heiligen Geist. Ganz offen. Es gibt doch genug Sachen, die uns etwa diese Sorgen machen im Leben. Sorge um die Zukunft. Sorge um das Geld. Im Moment sicher viele Menschen, die Sorgen haben um den Job. Vielleicht sorgen, wie es zu Hause weitergeht. Man war nahe aufeinander zusammen. Ist jemand vielleicht zu nahe zusammen miteinander. Und solche Sachen können uns mega stressen. Oder ich denke, solche Momente der Trauer, die wir erleben. Es gibt natürlich normale Momente der Trauer. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir einfach auch durchmühen müssen. Der Verlust eines geliebten Menschen. Vor drei Wochen ist eines von unseren Meersäulen gestorben. Und ich sehe jetzt noch Tränen in den Augen meiner Töchter. Und ganz offen gesagt, ich musste auch weinen. Aber es ist eine Trauer, wo Gott möchte, dass wir nicht drin bleiben. Die Bibel sagt, manchmal trauen wir auch über unsere eigene Sünde. Wir sind betroffen. Wie hätte man das passieren können? Jetzt bin ich doch vielleicht schon mal mit Gott unterwegs. Warum geschenkt gewisse Sachen in meinem Leben noch immer? Da habe ich es noch nicht im Griff. Und dann möchte Gott, egal woher die Trauer kommt, er möchte, dass wir wieder aufstehen dürfen. Dass wir nicht in der Trauer bleiben. Für Sünde gibt es Vergebung von Gott. Für Trauer, für Sorgen gibt es Trost von Gott. Gibt es Ermutigung von Gott. Im Psalm 30, Vers 6 steht einer von meinen Lieblingsversen. Und dort heisst, die Nacht ist Nacht voll Weinen. Doch mit dem Morgen kommt die Freude. Ich denke, wenn wir rasch nachdenken über diesen Vers, dann sehen wir, Gott lässt auch Momente der Trauer zu unserem Leben. Wir haben vielleicht auch von der Sorge. Aber weisst du was? Gott will uns jeden Morgen neue Freude schenken. Jeden Morgen neu beschenken mit seiner Freude. Aber wir müssen etwas zulassen. Jedenfalls müssen wir solche Dinge auch in unserem Leben ablegen können. Gott vergleicht es mit einem Kleid, das wir abziehen. So heisst es in Psalm 30, Vers 12, Du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt, damit ich dich preise und nicht schweige. Hey, das ist Gottes Programm für uns. Dass die Sachen in unserem Leben, die nicht durchdrungen sind von Gottes Freude, dass er uns die wegnehmen kann. Dass wir die wie Kleider abziehen können und etwas Neues bekommen. Nämlich wirklich eine tiefe Freude aus Gott. Im Englischen gibt es so einen schönen Vers oder eine schöne Redewendung, die heisst, Joy is not circumstantial. Joy is supernatural. Und ich glaube, genau um das geht es. Die Freude, von der wir heute reden, das ist nicht eine Freude, die abhängig ist von den Umständen, sondern die Freude, von der wir reden, die Freude im Heiligen Geist, ist eine übernatürliche Freude, die wir dürfen, auch wenn es äusserlich gar kein Grund ist, um uns zu freuen. Es ist interessant, wenn wir mehr in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, Jesus ist manchmal so anders, als wir uns ihn vorstellen. So viele Menschen denken, Jesus sei irgendwie ein mega ernster Mann gewesen. Oder er sei eher so ein bisschen softig gewesen. Und es gibt Menschen, die denken über Jesus, ja, weisst du, ich bin Gott und bei ihm, da ist alle Freude verboten. Aber schauen wir doch mal, was die Bibel selber sagt. Johannes 15,11 redet Jesus davon. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein oder sie soll überschwänglich sein, sie soll komplett sein, sie soll vollständig sein, also die volle Kanne der Freude. Oder in Johannes 16,24 sagt Jesus, bittet in meinem Namen, also batet, in meinem Namen, im Namen Jesus, und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Das ist etwas, was Gott uns geben will. Gebetserhörungen, dass wir uns freuen können, wie kleine Kinder vielleicht, wenn sie Geburtstag haben, über Gott und auch über seine beantworteten Gebete. In 1. Johannes schreibt der Schreiber folgendes, wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer grösser wird. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis in dem Vers. Ich glaube, Gott möchte den Level, das Mass von unserer Freude in unserem Leben immer mehr und mehr und mehr entwickeln. Oder man kann es eigentlich sagen, jemand, der Gott kennt und in seinem Glauben eine gute und eine gesunde Entwicklung macht, wird nicht jemand sein, der immer ernster und nachdenklicher und zynischer und kritischer und stridsüchtiger wird, sondern er wird garantiert jemand sein, der zunehmend in der Freude in seinem Leben. Und in Philipp 4 sagt Paulus in dem bekannten Vers, in dem er aus dem Gefängnis schreibt, freut euch im Herrn und ich betone es noch einmal, freut euch! Weisst du, was das ist ein Befehl? Das ist, wenn jemand in der Bibel dir etwas sagt zu deinem Besten, was du einfach machen sollst. Wir haben übrigens herausgefunden, wenn Menschen sich entscheiden, sich zu freuen, passiert etwas. Gefühle kommen nach, Gesichtsmuskeln mit einem Lächeln kommen in Aktion und es löst etwas Positives, auch körperlich, auch psychisch für uns aus, wenn wir ganz bewusst wirklich auch etwas Lachen auf unserem Gesicht haben. Die Bibel meint damit nicht, dass wir irgendwie crazy durchs Leben gehen und johlend durchs Leben gehen, aber sie meint mit der tiefen Freude von Gott, die man eben auch merkt. Und ich habe mich gefragt, warum will das Gott für uns? Warum ist ihm die Freude so wichtig? Ich glaube erstens einmal, Gott will uns die Freude schenken, einfach um uns gut zu tun. Hand aufs Herz! Mit Freude geht es doch besser im Leben. Alles, was du gerne machst, alles, was du Freude hast dabei, das fällt dir viel leichter. Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern wie eine coole Beschäftigung. Schwere Sachen sind für uns viel leichter, wenn wir in uns drin wie eine Quelle der Freude haben. In Nehemiah 8, Vers 10, hat im Alten Testament der Leiter vom Volk einmal Folgendes gesagt, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Du kannst Folgendes feststellen in deinem Leben. Je mehr, dass dich die Freude vom Geist Gottes erfüllt, desto mehr Power hast du. Du hast mehr Power für Situationen in deinem Leben, du hast mehr Power im Umgang mit Menschen, du hast mehr Power auch im Moment der Versuchungen und du kannst dich jetzt wieder stehen. Du hast mehr Power einfach als Grundlevel in deinem Leben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich würde dir wirklich heute auch sagen, wenn du mehr Freude brauchst, Gott hat sie bereit für dich, wir werden dafür noch beten. Gott will es für uns, weil es uns gut tut. Ich glaube, Gott will noch etwas für uns. Die Freude möchte er, weil wenn wir erfüllt sind von Freude, sind wir ein anderer Sagen, ein besseres Sagen für Menschen um uns herum. Du bist schon mal mit Leuten unterwegs gewesen, die zynisch waren, die sich immer beklagen, die immer negativ sind. Ich kann dir sagen, wenn du länger mit solchen Menschen zusammen bist, du merkst, es tut mir irgendwo nicht gut. Aber bis mit Leuten zusammen, die sich freuen, wenn im Büro die Mitarbeiter irgendwo lachen, ich gehe raus aus meinem Büro, ich möchte schauen, warum sie lachen, was ist gelaufen, an was haben sie Freude. Und das können manchmal ganz einfache Sachen sein. Und ich merke einfach, Freude ist etwas, es ist attraktiv. Christen, die freudlos durchs Leben gehen, die leben nicht wirklich attraktiv. Warum solltest du ein Leben wählen, das einem irgendwo traurig, zynisch, negativ durchs Leben geht? Das ist nicht attraktiv. Menschen, die sich freuen, Menschen, die Freude ausstrahlen, das ist toll, das ist attraktiv, das ist etwas Anziehendes. Etwas, die gar nicht pfeifen durch die Gänge in unserem Büro, oder wenn der Generalsekretär um den Weg ist, dann sagt er, oha, der Chef pfeift, das heisst, es muss ein guter Tag sein, Gott hat noch Grosses vor mit unserer Gemeinde. Ich denke, Freude ist auch so wichtig, weil Gott sich von Herzen mit uns freut, wenn wir uns freuen können. Ich habe ja Kinder zu Hause, meine beiden Töchtern, und ich stelle vor, dass es fest ist, wenn sie Freude haben, wenn sie das Gute haben miteinander, das ist eine andere Familienstimmung, als wenn sie streiten miteinander. Und ich freue mich selber. Genau so oder ähnlich ist es, wenn wir mit Freude ins Leben gehen, ein Vater im Himmel einfach sagt, hey, das ist die Dimension, wo ich möchte, dass du deine lebst. Ich möchte im letzten Teil zu diesen Gedanken kommen, wie können wir durchbrechen zu dieser Freude im Heiligen Geist. Und zwar denken wir nochmal an unseren Vers. Paulus sagt, es gibt Dinge, die zählen, die entscheidend sind. Oder man kann es in anderen Wort sagen, konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Auf Gerechtigkeit, auf Frieden, auf Freude im Heiligen Geist. Jetzt in dieser Corona-Zeit, habe ich älteren Leuten geholfen, dass sie am Computer zuhause predigten konnten, mitschauen konnten. In der einen Familie habe ich das Internet eingerichtet zuhause. Und mit der einen Firma, die schauen sollte, dass das Internet läuft, hatte ich riesige Lampen. Stunden an der Hotline, Telefon hin und her, es hat einfach nichts geklappt. Und ich habe gemerkt, es beginnt mich an zu nerven. Und es zieht an meinen Geduldsfaden. Und an so einem Moment habe ich gedacht, Gott, jetzt versuche ich, Leuten zu helfen und so. Aber irgendwo, hey, es läuft wirklich nicht, wie ich möchte. Was ist los? Und plötzlich spüre ich einfach, hey, wie geht er zu mir, rette aus dem Geist und sagte, hey Matthäus, konzentriere dich, jetzt doch nicht auf diese Sachen. Was zählt denn wirklich? Und ich bin an den Römer 1417 erinnert worden, was zählt denn eigentlich? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich habe gemerkt, ich habe mich entschieden, dass nicht zu Umständen mir die Freude im Leben rauben. Und ich will dir das auch zusagen, am heutigen Tag. Lass nicht zu, dass Umstände oder Menschen oder Krankheit oder irgendein Schicksal dir die Freude nimmt, den du in Gott haben kannst. Du bist der Hüter der Freude von Gott in deinem Leben. Vielleicht gibt es so Sachen, die du bewusst loslassen musst. Wir haben gesehen, das Ruhrgewand, dass wir das wirklich abziehen können. Und vielleicht willst du Gott heute sagen, hey, mich belastet die Sorge vielleicht um ein Kind, mich belastet die Sorge um meine Zukunft, vielleicht für eine Lehrstelle, vielleicht für einen Job, vielleicht wegen der Finanzen, wegen dem Beruf. Mich belastet das immer wieder. Weisst du das? Gib es doch Gott. Und lass nicht zu, dass dein Herz, deine Seele erfüllt bleibt von solchen Sachen. Gib es Gott an. Sag, Jesus, ich trenne mich davon und du machst Platz in deinem Herz für die Freude Gottes. Konzentrier dich auf das, was wirklich zählt. Auf die Gerechtigkeit, die wir durch Jesus empfangen und auf den tiefen Frieden, der in unsere Herzen strömt und den Frieden, den wir auch haben in Jesus Christus mit Gott. Vielleicht sagst du, hey, ich habe das noch gar nicht. Mir fehlt die Dimension in meinem Leben. Und weisst du das? Ich will dich jetzt einladen, dass du ganz persönlich eine Beziehung mit Gott anfangen kannst, wo der Frieden, die Gerechtigkeit und auch die Freude im Heiligen Geist in dein Leben strömt. Und ich will dich einfach einladen, bete doch jetzt mit mir. Und ich glaube, du kannst sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du für mich gestorben bist. Bitte komm in mein Herz, bis mein Retter und mein Herr und vergib mir alle meine Sünden. Übernimm von jetzt an Kontrolle über alle Bereiche von meinem Leben. Jesus, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und brauche mich für deine Herrlichkeit. Ich möchte dir dienen, alle Tage von meinem Leben. Danke, Vater im Himmel, dass ich jetzt dein Kind darf sein. Im heiligen Namen von Jesus Christus. Amen. Durch das Gebet und wenn du es in deinem Leben geglaubt hast, ist Gottes Geist in deinem Leben gekommen und du hast jetzt Zugang bekommen zu dieser Freude im Heiligen Geist. Und ich möchte dir Mut machen, so wie die ersten Christen an Pfingsten den Heiligen Geist erwartet haben, dass er kommt und sie füllt mit der Kraft Gottes. Genauso möchte ich dir jetzt Mut machen, zu Hause, erwarte jetzt in dem Moment, Geist Gottes, komm du! Geist Gottes, füll du mich! Füll du mich mit dieser Kraft, mit dem Frieden, mit der Gerechtigkeit und mit der Freude im Heiligen Geist. Was kann dir helfen, wenn du die Grundlage geleitet hast, die Freude im Heiligen Geist besser kennenzulernen? Ich glaube, was dir sehr helfen kann, das ist wirklich, wenn du den Heiligen Geist besser kennenlernst. Die Bibel zeigt uns, der Heilige Geist ist eine lebendige, eine erfahrbare Person. Die dritte Person in der Gottheit. Es heisst, er ist ein Geist der Liebe. Er liebt dich genauso, wie Jesus dich lieb hat. Und ich möchte dir sagen, du kannst eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit ihm haben, weil er eine Person ist. Zweitens, er ist allwissend. Er weiss, was dein Herz belastet. Er kennt dein Gestern, dein Heute. Er kennt deine Zukunft. Und er weiss vor allem, wie mächtig das Werk von Jesus Christus am Kreuz für dein Leben war. Und er weiss, was es braucht, damit du wirklich immer mehr in die Freiheit kannst reinkommen, wo du brauchst. Und ich möchte dir auch Mut machen. Rede mit dem Geist Gottes. Wenn es Sachen gibt, die dich irgendwo knebbeln, die dich fesseln, die dich nicht loslernen, sag es ihm. Er hat Macht, dich frei zu machen davon und will das auch tun. Der Heilige Geist ist auch jemand, der allgegenwärtig ist. Weisst du das? Er lässt dich nie allein. Er will dich begleiten. Die Bibel sagt sogar, er wohnt in uns. Und jemand, der hier wohnt, in unserem Leben, der geht auch nicht mehr weg. Er lässt zu und wird dich nie im Stich lassen. Nicht nur das, er ist auch kraftvoll. Er ist mächtig genug, alles zu lösen, was du Knöpfe drin hast. Und er ist auch ein heilender Geist. Es heisst von Jesus, dass Jesus durch den Heiligen Geist Menschen geheilt hat, Menschen gesund gemacht hat. Und weisst du, du darfst dein Herz auch einfach öffnen, dich innerlich ausstrecken zu ihm und sagen, Heiliger Geist komm du, heil du auch in meinem Leben Sachen, die Heilung brauchen. Und dann, mit dem möchte ich schliessen, lass ihn doch einfach ein, fülle mich, Geist Gottes, mit deiner Freude. Es ist interessant, der Heilige Geist scheint eine sehr sensible Person zu sein. So scheint uns das in der Bibel auch entgegen zu kommen. Eine mächtige, aber auch eine sehr sensible Person. Aber dort wo er begehrt wird, dort wo Menschen sagen, Geist Gottes, ich will dich lieben, ich will dich schätzen und ich will das, was du für mich willst tun, ich möchte das, dann kommt der Heilige Geist. Dort wo er erbeten wird, kommt er auch. Und wenn wir sagen, Heiliger Geist komm, meinen wir damit nicht, dass er nicht schon da wäre, sondern wir beten damit, im Sinn von, lass mich deine Realität, dass du da bist, wirklich spüren und das auch merken. Lass etwas jetzt geschehen in meinem Herz. Und du kannst ihm das einfach sagen, komm Geist Gottes, fülle mich doch jetzt, gerade in diesem Moment. Ich will dich einen Moment noch vom Gebet jetzt auch reinnehmen und will dich bewusst auch zu Hause einladen. Du kannst vielleicht deine Hände zu Gott empor strecken, du kannst deine Augen zu machen oder auch auf tun, auf schauen, was auch immer dir hilft, dich zu konzentrieren. Und sage ihm doch, Heiliger Geist, ich danke dir für Gerechtigkeit, für Frieden und auch für die Freude in dir. Und ich will gerade jetzt, an dem Pfingsttag, mein Herz einfach öffnen. Komm du mit deiner Freude, erfüll du mich mit der Freude, die nur von Gott kommen kann. Ich will die anderen Sachen, die mich belasten, bewusst ablegen am heutigen Tag. Ich will meine Sorgen sagen, ihr müsst weggehen. Ich will Sachen sagen, die mich gefangen halten. Ihr habt eure Macht verloren in meinem Leben, im Namen von Jesus. Ich bin frei, befreit und offen, dass Gottes Geist, dass du mich erfüllst mit der göttlichen Freude. Und ich will auch zu dir kommen. Ich will anfangen, dir Danke zu sagen. Ich will anfangen, jubeln. Ich will mich anfangen, zu freuen in dir. Es heisst doch, freut euch! Und abermals sage ich euch, freut euch! Und genau das will ich jetzt tun. Und ich will jetzt für den Moment bewusst auch noch reinhalten, stille halten und dich einfach begehren und dir sagen, lass die Freude nicht nur jetzt in mein Leben strömen, sondern lehre mich, in dieser wunderbaren Freude zu leben und hilf mir, dass mir nichts und niemand die Freude mir in dir klaut. Amen. Amen. Amen.